Applaus So, sehr geehrte Frau von Storch, sehr geehrter Herr Junge, sehr geehrte Damen und Herren. Genau, ich bin Direktkandidat im Wahlkreis 167 und Bundestagskandidat, ich bin aber auch Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreistag Waldeck-Frankenberg und möchte daher, bevor ich allgemein auf bundespolitische Themen zu sprechen komme, mal ein bisschen erzählen von der Arbeit im Kreistag. Was tut die AfD jetzt schon, wo sie in den Parlamenten sitzt? Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen für Anträge, die wir bisher gestellt haben und möchte Ihnen erzählen, wie es damit gelaufen ist. Zum einen haben wir den Antrag gestellt, hier im Landkreis, dass der erste Kreisbeigeordnete, das ist der Stellvertreter vom Landrat, ehrenamtlich arbeiten soll. Dieser Mann ist mit B6 besoldet, das sind über 8.000 Euro im Monat. Es gibt andere Landkreise in Deutschland, da arbeitet der ehrenamtlich, hier ist das nicht so. Es war aber hier auch schon mal so. Und wir haben eben, da ist nämlich Kreisbeigeordnete, davon gibt es elf Stück jetzt mittlerweile, haben wir dann gesagt, der Mann, der kann doch kosten, der kann doch ehrenamtlich arbeiten und die Arbeit wird dann anders verteilt. Denn zur Zeit ist es so, dass er die Hauptlast der Arbeit trägt und dafür eben auch in der Vollzeit arbeitet, B6 besoldet wird von ihrem Steuergeld. Und wir haben den Antrag gestellt, dass das nicht mehr so ist, wurde natürlich abgelehnt. Also wir bemühen uns schon, Steuergeldverschwendung einzudämmen, aber man ist da nicht so auf unserer Seite. Einen anderen Antrag, den wir eingebracht haben, da ging es um die Verkehrswacht. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die kommen an die Schulen und erzählen so ein bisschen von den Gefahren im Straßenverkehr, gerade im Bezug auf Alkohol und Drogen. Und die können nun ihre Verwaltung kaum noch stemmen und brauchen dafür die lächerliche Summe von 3000 Euro im Jahr, damit es wieder besser läuft. Und das haben wir dann beantragt, aber auch das wurde abgelehnt, denn es kam ja von der AfD. Man möchte ja nicht, dass in der Zeitung steht, die AfD hat einen Antrag durchgebracht und da verzichtet lieber der Bürger auf einen Vorteil, als dass die AfD einen Antrag durchkriegt. So läuft Politik. Kurz zuvor hatte die SPD sich übrigens eine neue Stelle geschaffen für einen weiteren Kreisbeigeordneten mit der offen zugegebenen Begründung, dass sie eben mehr Stimmen haben möchte. Also man hat das offen als machtpolitische Maßnahme auch zugegeben. Ich glaube, es war eine Sitzung vor dem Verkehrswachtantrag und dieser Beigeordnete, den bezahlen wir alle mit über 4000 Euro im Jahr, damit die SPD hier ein bisschen mehr politische Macht hat. Das geht so durch, aber die Verkehrswacht möchte man dann nicht unterstützen. Ein anderes Beispiel ist der kleine Waffenschein zum Beispiel. Wir haben gefragt, schon im März, wie hat sich das entwickelt? Wie viele kleine Waffenscheine werden hier beantragt im Landkreis? Und da hat man uns eine sehr lange Begründung geliefert, warum man uns diese Frage nicht beantworten kann. Man hat sich so ein bisschen herausgevorscht, der Kreis sei nicht so wirklich zuständig. Die HNA hat es denn trotzdem rausgekriegt und was ist das Ergebnis? Im Jahre 2014 und 2015 wurden jeweils 30 kleine Waffenscheine beantragt. Im Jahr 2016, als sie dann schon sehr bereichert waren in Deutschland, waren es über 400. Wir haben darauf einen Antrag gestellt, als es in der Zeitung stand, und wollten eine Arbeitsgruppe einrichten, die herausfindet, warum der Bürger sich hier nicht mehr sicher fühlt. Und Sie können sich vorstellen, wie man damit umgegangen ist. Auch hier hat man abgelehnt, sich überhaupt damit zu befassen. Hat wieder eine lange Begründung geliefert, warum der Kreis nicht zuständig ist. Wir haben hier schwarz-rot als Koalition im Kreis an der Macht. Und so wie sie die Prioritäten auf Bundesebene setzen, werden sie eben auch im Kreis gesetzt. Da werden dann Dinge lieber verschwiegen. Ja, das sind so Beispiele dafür, wie wir uns hier im Kreis einsetzen. Aber man macht es uns eben schwer. Viele Anträge werden einfach überhaupt nicht angenommen. Wir hatten auch mal eine Initiative, da ging es um Busfahren. Es gibt nämlich die Möglichkeit in Düsseldorf mittels eines Anbieters. Da schaut man auf seinem Smartphone Werbespots und kann dann kostenlos Bus fahren, wenn man das möchte. Und wir wollten prüfen, ob dieses in Frankenberg durchführbar sei, in Waldeck-Frankenberg. Wir hatten den Auftrag gegeben, das prüfen zu lassen, ob das für uns eine Option sein könnte. Denn es hat ja heutzutage jeder ein Smartphone, auch Leute, die nicht viel Geld haben. Da könnte man nämlich kostenlos hier die Verkehrsmittel nutzen. Aber es wurde sogar abgelehnt, diese Sache auch nur zu prüfen, weil sie eben wieder von der falschen Seite kam. Ich wollte Ihnen nur mal so einen kleinen Überblick geben. Das ist nur ein Ausschnitt von Anträgen, die wir gestellt haben und Anfragen. Man blockiert uns halt massiv, auch bei absolut sinnvollen Anträgen im Sinne des Bürgers, auch wenn es nicht um Flüchtlingspolitik geht. Aber wir bleiben natürlich dran. Jetzt möchte ich ein bisschen allgemeiner werden. Warum ist die Bundestagswahl 2017 eine Schicksalswahl für Deutschland? Die Altparteien, die momentan im Bundestag sitzen, und auch die FDP kann man damit einschließen, die nicht im Bundestag sitzt, sind sich in einigen Dingen einig. Die Armutsmigration soll fortgeführt werden. Die EU als Transferunion soll erhalten werden. Mehr noch, wir wollen eine Bundesrepublik Europa irgendwann einmal werden. Und die Energiewende, die rein ideologisch begründet ist, soll fortgeführt werden. Hier gibt es nur eine Partei, die da andere Meinungen, eine andere Haltung vertritt, und das ist die AfD. Wir sind die einzige konservative und die einzige echte patriotische Partei in Deutschland. Die SPD war ja schon länger bekannt dafür, dass sie nicht patriotisch ist. Die Frau Özos ist dafür ein klares Beispiel, die als Integrationsministerin zwei Brüder hat, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, weil sie Islamisten sind. Und die eine deutsche Kultur nicht identifizieren kann und am liebsten das Wahlrecht für Ausländer sich wünscht. Und da muss ich auch klar sagen, natürlich wäre die besser in Anatolien aufgenommen. Aber auch Merkel, die die deutsche Flagge nur ungern in der Hand zu halten scheint und die sich nicht mal mehr traut, vom deutschen Volk zu sprechen, von dem Schaden abzuwenden sie einst geschworen hat, die spricht ja nur noch von denen, die schon länger hier leben, ist natürlich absolut nicht patriotisch und überhaupt nicht geeignet als Bundeskanzlerin. Eine weitere Sache, für die die AfD sich mit aller Rehemenz einsetzt, sind Volksentscheide auf Bundesgebung. Denn die Politik regiert am Volk vorbei. 60 Prozent der Deutschen sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland. 86 Prozent der Deutschen kritisieren die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin und 62 Prozent der Deutschen hätten Griechenland schon 2012 keine Finanzhilfen mehr gegeben. Da wünsche ich mir doch sehr, oder hätte mir gewünscht, dass wir über diese Dinge im Erfolgsentscheid beschlossen hätten. Da würde es Deutschland jetzt wesentlich besser gehen. Wir haben natürlich Ideen und Positionen zu allen politischen Themen geblieben. Aber wir haben eben viele Alleinstellungsmerkmale, die überhaupt nicht vertreten werden ohne die AfD im Bundestag und dazu gehört die EU als Wirtschaftsbündnis. Wenn wir das fordern, dann wird ja immer schnell so getan, als wäre die Alternative zu dieser Bundesrepublik Europa, zu der man hin möchte, die völlige Isolation, wenn nicht sogar der Krieg, dann wirft man uns vor, dass wir Panik machen würden. Das ist natürlich absoluter Unsinn. Man muss sich nicht entscheiden zwischen Schwarz und Weiß, Verschmelzung oder Isolation. Unsinn. Ein Wirtschaftsbündnis Europa macht absolut Sinn, auch dass man nach außen hin geschlossen auftritt. Aber Souveränität wollen wir dafür nicht abgeben. Wir möchten das Subsidiaritätsprinzip behalten. Alles, was der Nationalstaat entscheiden kann, das muss er auch entscheiden. Und die EU funktioniert ja auch überhaupt nicht. Was dort in den Verträgen steht, ist ja oftmals das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben steht. Theoretisch dürfen wir alle nur eine Schuldenquote von 60% des Bodenlandsproduktes haben. Können Sie sich mal informieren, wie viele Länder in der EU das einhalten. Eigentlich ist im Vertrag von Maastricht auch geregelt, dass ein Land niemals für die Schulden eines anderen aufkommt. Auch das ist ja hinfällig. Die EZB darf keine Staatsfinanzierung betreiben. Daran wird sich nicht gehalten. Das Dublin-Abkommen hätte dafür gesorgt, dass wir tausend Flüchtlinge hätten aufnehmen müssen, nur tausend. Und Sie sehen ja, wie gut das klappt. Dann kommen eventuell Euro-Bonds, würde uns 40 bis 60 Milliarden kosten, schätzt man. Also das Ganze ist einfach für Deutschland absolut nicht förderlich in der jetzigen Form. Auch der Weg zur Europa-Armee wird langsam geebnet. Im Weißbuch, das die strategische Richtung für die Streitkräfte vorgibt, für die Zukunft, liest man immer wieder von Verzahnung der europäischen Armeen und auch von Sharing und Pooling. Das heißt, der eine Staat hat die militärische Fähigkeit, der andere hat die. Der nächste Staat hat wieder eine andere militärische Fähigkeit. Zusammen können wir wirken, aber alleine sind wir nicht mehr wirklich handlungsfähig. Man braucht wirklich nicht allzu genau hinzuschauen und schnell zu merken, wohin es gehen soll. Der Weg geht wirklich zur Bundesrepublik Europa, die man da schaffen will zur Abgabe von Souveränität der Nationalstaaten. Und da sind wir die einzige Partei, die das nicht möchte. Da möchte ich auch noch zu bedenken geben, dass diese Veränderung der Bevölkerung, die gerade durch die massive Migration einsetzt, natürlich für ein solches Projekt gar nicht schlecht ist. Denn wenn die nationalen Völker in der Minderheit sind irgendwann, wenn diese Kulturen, wenn das sich auflöst, das Brauchtum und überhaupt die nationale Identität und alles ersetzt wird durch Zustrom aus dem Nahen Osten, aus Afrika, dann ist man in Europa vielleicht allgemein eher bereit für diese Verschmelzung. Eine andere Sache ist die Energiewende. Auch da vertritt die AfD als einzige Partei die Position, dass das Ganze ein ideologisch motivierter Unsinn war. Die Technik war ja überhaupt noch nicht vorhanden. Man hat sich da irre machen lassen wegen der Fukushima-Sache. Dazu muss man auch mal überlegen, wie hoch denn hier in Deutschland die Wahrscheinlichkeit für ein solches Erdbeben und ein solches Tsunami sind. Damit haben wir ein bisschen weniger Probleme als die Japaner. Aber man hat dann sich entschlossen, sofort zu handeln, obwohl die Technik überhaupt noch nicht da ist. Wir können den Strom kaum speichern. Wir haben im letzten Jahr, ich meine, 1,5 Milliarden an andere Länder gezahlt, mit denen wir unseren Stromüberschuss aufnehmen. Denn wir haben ja keinen planbaren Strom mehr. Windkraft ist ja auch ein großes Thema, gerade in unserem Landkreis. Es ist ja auch nicht so, dass dort eine gleichmäßige Versorgung stattfände. Es gibt ja immer so Spitzen. Sie haben vielleicht aufs Jahr, können Sie denn sehen, so und so wie Strom wurde erzeugt, 2016, 2015. Aber es gibt eben auch Tage, da wird fast überhaupt kein Strom erzeugt. Und dann gibt es Tage, da wird viel zu viel erzeugt. Naja, und da sollen wir dann drauf setzen, die Forschung im Bereich Atomkraft, um das vielleicht sicherer zu machen, wurde komplett eingestellt. Und in 13 Jahren soll es ja auch überhaupt keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr geben, wenn man da sich die Grünen anwenden. Also völliger Irrsinn, absolut ideologisch motiviert und hat mit der Realität nichts zu tun. Unsere Regierung hat von Träumereien geleitet, einen Kurs auf ein linksgrünes Utopia genommen, ohne uns zu fragen, ob wir bereit sind, die Nation unserer Väter dafür aufs Spiel zu setzen. Aber ab dem 24.09. werden wir ja im Bundestag sitzen und die Hippie-Truppe Berlin auf dem Boden der Tatsache zu setzen. Das allerwichtigste Thema, über das wir immer wieder sprechen, ist natürlich die Migration. Wir haben ja jetzt schon 2 Millionen etwa hier von diesen Leuten. Das ist de facto eine Migration über das Flüchtlingsticket, wie man glaubt, dass die Leute wirklich gehen. Wir haben ja noch etwa 500.000 unbearbeitete Anträge von Leuten, die teilweise in den 90er hier den Asylantrag gestellt haben. 390.000 Syrer holen jetzt ihre Familie wieder nach, da können sie nochmal mit etwa 1,5 Millionen rechnen. Also hier muss man wirklich von einem Austausch des deutschen Volkes sprechen. Da braucht man auch mathematisch wieder kein Genie zu sein. Wir haben eine Geburtenrate von 1,3, das heißt jedes Jahr gibt es 200.000 Deutsche weniger. Das ist etwa einmal Kassel, während die Menschen, die einwandern, eine Geburtenrate haben von 3,1 bis 4,8 etwa. Aber es ist klar, in welche Richtung es geht. Und dann muss ich fragen, was ist denn Deutschland? Ja, wo Deutschland ist, das hängt ja nicht von Bauwerken ab. Das ist auch für mich kein geografischer Begriff oder das hängt nicht an irgendwelchen Bergen oder Straßen. Deutschland hängt für mich klar zusammen mit einem bestimmten Miteinander, mit einem Wertekonsens, mit Bäuchen, mit Kultur. Und wenn das Volk, das diese Werte verinnerlicht hat und diese Kultur lebt, wenn das immer weniger wird, wenn das in einer Minderheit ist irgendwann, dann muss man ganz einfach davon sprechen, dass unsere Nation sich verabschiedet. Diese Bereicherung hat uns übrigens auch, weil man ja immer sagt, wenn man die Sicherheit hier sich verschlechtern sieht, dann leidet man unter diffusen Ängsten. Es gibt ein weltweites Sicherheitsranking, den Travel and Tourism Competitiveness Report. Dort, da sind wir im Jahre 2015, also von 2015 auf 2016, um 31 Plätze nach unten gerutscht. Ja, so sehr bereichert sind wir schon. Und man sieht es auch in den Statistiken des Bundeskriminalamtes. Also es ist ganz klar so, dass Deutschland unsicherer wird und dass diese massive Migration für uns in einer Weise eine Bereicherung ist. Das bringt uns nicht nach vorne. Die Menschen sind auch ungebildet dort. Also es ist auch für den Arbeitsmarkt kein Vorteil dabei. Und unglaublicherweise gibt es auch hier nur eine einzige Partei, die diese Entwicklung stoppen möchte. Und hier muss man auch ganz klar sagen, dass wir hier ein gewisses Zeitfenster haben. Wenn sich irgendwann die Mehrheiten hier verändern, dann kann das Leben hier auf ganz demokratische Weise massiv geändert werden. Und deswegen müssen wir uns beeilen. Und deswegen müssen Sie alle die AfD natürlich unterstützen, wo Sie können. Man sieht es auch an der Namenshit-Liste. Das ist auch ein interessanter Indikator. Es kommt jedes Jahr eine Liste raus, auf der man dann sehen kann, wie beliebt welche Vornamen sind. Und dann nehmen wir mal den Namen Mohamed, der war 2015 noch auf Platz 41 und 2016 war er dann schon auf Platz 26. Also das geht schnell, diese Veränderung. Ja, man muss also wirklich nüchtern sagen, dass es hier um die Existenz Deutschlands und des deutschen Volkes geht. Und da darf es kein Wegsehen geben und keine Ausreden. Da müssen wir mit allen demokratischen Mitteln Widerstand leisten. Und am 24.09. gibt es daher für die Deutschlandabschaffer einen kräftigen Schuss vor den Ur. So, und jetzt darf ich Ihnen Beatrix von Stolzern kündigen, meine Damen und Herren. Applaus Ganz kleine Änderung.